Liebe Raunheimerinnen und Raunheimer, Sie sehen, ich ziehe die Maske ab. Dafür gibt es einen guten Grund. Ich habe etwas zu berichten und es geht ohne Maske deutlich besser. Sie werden ab morgen, Freitag, den 29. Januar, in Ihren Briefkästen etwas vorfinden, was Sie vielleicht überrascht. Es ist eine Broschüre, die überschrieben ist mit Stadtleitbildziele für die Stadt Raunheim. Jetzt ist es so, Sie finden in den Briefkästen öfter etwas vor, was Werbung ist oder irgendein kostenloses Papier und das schmeißt man dann schnell weg. Ich rate Ihnen dringend, das in diesem Fall nicht zu tun, denn das, was Sie dort vorfinden, ist die mühselige Arbeit und dem Fleiß geschuldet von ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Raunheim, die sich die Mühe gemacht haben, in einem langen Prozess sich zusammenzusetzen und zu schauen, wo wollen wir eigentlich mit unserer Stadt hin. Was ist bei den verschiedenen Themen, wenn es um Umwelt geht, wenn es um Wirtschaft geht, wenn es um das Parken geht, wenn es um Bildung geht, wenn es um Lärm geht? Was wollen wir eigentlich mit unserer Stadt erreichen? Wo soll sie hin? Was sind die Ziele, die letztlich für alle Bürgerinnen und Bürger wichtig sein werden? Und diesen Katalog an Zielen, der wurde zusammengestellt von Bürgerinnen und Bürgern. Der hat auch das Stadtparlament erreicht und das Stadtparlament hat gewürdigt, was die Menschen da erarbeitet haben und jetzt haben sie es im Briefkasten. Und daran können Sie vor allem eines erkennen, in dieser Stadt Raunheim ist es so, dass die Politik zunächst erstmal zuhört. Und zwar zuhört in Richtung der Menschen, die hier leben. Was wollen die eigentlich? In welche Richtung soll sich diese Stadt entwickeln? Und das nimmt Politik ernst. Wir haben das schon mal durchlaufen. Im Jahr 2000 hat es schon einmal einen Stadtleitbildprozess gegeben. Und alles das, was damals an Zielen formuliert wurde, zum Beispiel die Entwicklung eines echten Stadtzentrums, die Entwicklung der Gewerbegebiete, alles das wurde sehr, sehr schnell und sehr engagiert umgesetzt. Und natürlich ist die Erwartung derer, die jetzt die neuen Stadtleitbildziele erarbeitet haben, dass das wieder sehr engagiert und sehr schnell umgesetzt wird. Und deswegen tun Sie mir den Gefallen. Schauen Sie da rein. Sie haben Wochenenden, die zur Verfügung stehen. Vielleicht sind Sie im Homeoffice und haben mal ein paar Minuten Zeit. Blättern Sie es durch. Machen Sie sich mit dem vertraut, was Ihre Nachbarinnen und Nachbarn letztlich hier entwickelt haben. Denn das soll das sein, was die gemeinsame Grundlage für uns alle sein wird. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich Sie neugierig gemacht habe. Ziehen Sie es durch. Befassen Sie sich damit. Bringen Sie sich selbst ein. Das tut dieser Stadt so sehr gut. Und ansonsten wünsche ich Ihnen, dass Sie in dieser verrückten Zeit gesund bleiben, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht und dass wir uns gemeinsam an die Arbeit machen können, um diese Stadt noch weiter nach vorne zu bringen. Ganz herzlichen Dank und alles Gute.